Wer war das? Nein, mein Haus! Mein Ratz ist Haus! Hilfe! Nein! Bitte abonniere den Kanal und schlag gleich die Glocke, um Teil der menschlichen zu sein. Willkommen in der Familie. Viel Spaß beim Video. Hey, hey, hallo ihr Leute und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Minecraft 3. Yo! Und wir sind noch... Was? Wir sind immer noch... Was? Ich hab ja gesagt gestern, die müssen aber jetzt langsam weg sein. Okay, warte mal, warte. Oh, 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 oh. Nicht, dass die in unserem Dorf sind. Warte, wir schauen mal kurz außerhalb. Oh, oh, oh. Ich bin gerade so geladen, ne? Also so... So, 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 so... Gänsehaut mäßig geladen. Okay, hier ist niemand. Äh, huhu. Wo seid ihr? Äh... Okay, er hat das Micke verlassen. Okay, ist nur noch Dennis da, aber Dennis ist kein... Okay, er ist auch weg. Super. Ich hab doch gesagt... Ich hab ja gestern gesagt in der Folge, dass die hier raufgekommen sind. Ich bin froh, dass ich runtergegangen bin, weil ich hab irgendwie Angst gehabt, dass sie mich irgendwie fangen wollten oder so. Weil das Problem ist, Leute, das Problem ist wirklich, dass... Nesko hat mich halt getötet und ich weiß halt, ich wusste halt nicht, ob die das wissen oder so. Sie sind runter, also wir sind außer, außer Gefahr. Okay, gut. Oh, Leute. Oh, aber... Warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, warte... Ohne Flax. Leute, ihr habt gesehen, ich hab mich ausgeladen. Ich hab jetzt 15 Minuten oder so gewartet. Keine Ahnung. Und ihr habt gesehen, ich hab die Kartoffeln abgefahren und hier waren zwei neue Kartoffeln. Der Chunk war geladen. Die waren locker in der Base. Sie wollten zu mir. Ich hab's gewusst. Sie wollten... Oh mein Gott, Leute. Ich wusste es. Ich wusste es. Fuck, fuck, fuck. Warte, schau mal kurz. Bei Flame ist alles zu? Hier waren sie an der... Ne, da ist noch alles da. Da ist noch alles da an der Kiste. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die waren... Hab ich... Oh, ich hoffe, ich hab alles zugemacht bei mir. Meine Kisten... Mein Haus brennt! Mein Haus brennt! Nein! Mein Haus brennt! Die waren hier! Die waren hier! Die waren hier auf jeden Fall. Mein Haus hatte... Nein, da unten ist Lava! Hier unten... Nein, mein ganzes Haus brennt ab! Was? Was? Mein Haus! Nein! Fuck! Mein ganzes Haus! Nein! Wer war das? Ey! Wer war das? Nein, mein Haus! Mein ganzes Haus! Hilfe! Nein! Nein! Und das kann ich doch gar nicht alles ausmachen! Ich bin tot! Nein! Mein ganzes Haus! Was? Ihr Wichser! Wenn ich euch in die Finger kriege! Alter, mein ganzes Haus! Aber es ist ein Regelbruch! Alles, was ich verliere, kriege ich wieder! Mö! Oh mein Gott! Nein! Och Mann! Nein, mein ganzes Haus! Fuck! Scheiße! Wie komme ich jetzt in die Base rein? Fuck! Ich habe gar nichts! Scheiße! Da brennt doch jetzt alles weg! Das Bett! Die Kisten! Alles brennt weg! Fuck! 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 Bau schneller! Fuck! Mann! So ein Dreck! Oh! Wie lange das dauert! Oh! Schnell, schnell, schnell! Oh Mann! Ich hoffe, da hinten ist offen überhaupt! Noch ist offen! Mann! Fuck! Mein ganzes Haus brennt! Mein ganz! Oh mein Gott! Mann! Oh! Nein! Es brennt alles weg! Es brennt alles weg! Alter! Fuck! Wer war das? Meine Fresse! Alter! Derjenige... Alter! Der kriegt richtig Ärger! Wer auch immer das war! Mein ganzes Haus! Mein ganzes Haus brennt einfach weg! Ist das euer fucking Ernst? Das kann doch wohl nicht wahr sein! Meine Freundin! Oh doch! Das geht schon! Jetzt brennt hier auch noch was! Das Heizmau, du Scheißflamme! Mann! Auch wenn ich jetzt gerade nicht vielleicht unbedingt böse klinge, aber ich bin gerade echt, echt sauer, Leute! Ich bin richtig sauer! So eine Scheiße! Das ganze Haus aufgebaut und jetzt ist alles weg! So ein Dreck, Mann! Das gibt Rache! Das gibt Rache! Ich will wissen, wer das war! Und das Problem ist, ich könnte es beiden zutrauen! Beide sind im Gegnerteam! Ih, diese Sackgesichter! Ehrlich! Fuck! Hey! Ja, Leute! Heute ist eine komplette Rache-Folge, merke ich schon! Heute meckert du wahrscheinlich den ganzen Tag nur über dieses verkackte Feuer! Vor allem, ich mach eins aus und brennt das nächste! Fick dich! Mann! Und da unten brennt es immer noch! Nee, das ist eine Fackel! Egal! Ihr Sackgesichter! Mann! Ey, das schreib... Ich schreib jetzt in Discord! Es geht... Alter! Das geht gar nicht! Das geht gar nicht! Ey! Alter! Jetzt bin ich... Ich bin echt böse, ne? Alter! Ihr Pimmelnasen! Komplett... Alter! Richtige Pimmelnasen, Mann! Haaaaaaah! Fickt euch! Toll, Leute! Schaut euch das ganze Ding an hier! Jetzt hab ich hier noch noch Stein, bisschen Holz und Fenster! Wie geil das einfach aussieht! Oh, oh, hier sind einfach mal Fenster! Super! Mein ganzes Haus ist kaputt! So eine Scheiße! Fuck! Ey, das gibt richtig Ärger! Das sag ich gleich, Leute! Das wird so Ärger geben! Oh, Mann! Das ist mein Schatz! Das ist jetzt eine Hinderung! Ja, aber sowas von! Meine Freunde! Ja, so geht's aus! Mensch! Mensch! Oh, du... Mann! Aber es ist wirklich scheiße! Ich hab eigentlich vorgegab, das Ding noch nach oben zu knüppeln! Jetzt muss ich mich wieder beschäftigen mit so einem Rotz und das ganze Haus wieder zusammen zu pflegen! So ein Scheiß! Vor allem, letztes... 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 Fuck! Schön für die ganzen Hausraste! Aber alter! Das geht mir grad echt auf die Nüsse! Ehrlich! Ich hab keinen Bock mehr, Leute! Es schweizt 10 Minuten, aber ich bin jetzt... Ich bin gerade so sauer! Ich mach jetzt einfach aus, Leute! Ehrlich! Das kriegen die wieder! Wer auch immer das war, ne? Ich weiß nicht! Ich fahr zu dem nach Hause und zünd den einfach die Butze an! Ehrlich! Also jetzt nicht wortwörtlich, nicht wirklich wörtlich nehmen, Leute! Das werden die natürlich nicht machen! Das ist eine Straftat! Aber... Alter! Das kriegt diese Person in Minecraft so zurück! Ohne Witz! Ich werd diese Person... Wirklich! Ich werd die dafür 10 Mal töten! Ist mir jetzt relativ scheißegal! Die werden so leiden müssen, die Wichsgesichter! Ehrlich! Oder das Wichsgesicht! Ey! Ich bin so geladen, Mann! Fuck! Fuck, Leute! Aber ich mach jetzt aus! Ich wette mit euch! Ihr lacht euch so schlapp! Ich wette es mit euch! Also als Mitleid könnt ihr echt mal einen Daumen nach oben geben! Ja? Also! Ich bin jetzt weg! Macht's gut! Ciao! Ah! Wow! Ciao!